Datenerfassungssystem, DAS, ist eine Schnittstelle zwischen Sensor und Computer. Die Grundfunktion von DAS ist die Umwandlung von Analogsignal von Sensor zu Digital über A zu D-Wandler und dem Computer zugeführt. DAS misst die Menge physikalisch oder elektrisch wie Temperatur, Durchfluss, Füllstand, Druck, Spannung, Strom, Ton und so weiter. Sensor kann Fotosensor, Mikrofon, Potentiometer, Beschleunigungsmesser, Thermistor, Dennungsmessstreifen etc. sein. In den meisten Fällen nach Durchlaufen der Sensorsignal muss möglicherweise verstärkt werden. Der Sensor wandelt die Messgröße in einheitliche Form um und wird dann von DAS abgetastet. Der Sensor ist an DAS-Hardware angeschlossen und DAS ist über Universal Serial Bus USB mit dem Computer verbunden. DAS-Hardware ist Mikrocontroller und Kombination von A bis D, D bis A-Wandlern und Multiplexern, Random-SS-Memory, ARM etc. Für die Unterstützung DAS-Hardware gibt es eine Treiber-Software im Computer. Für die Unterstützung DAS-Hardware gibt es eine Treiber-Software im Computer. Für die Unterstützung DAS-Hardware gibt es eine Treiber-Software im Internet. Per assessorienミ que both of diehinge sind eine Treiber-Software im hetenbsatrainingen Então syndrome. Untertitelung des ZDF, 2020